Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Payday 2. Heute spielen wir Transport Eisenbahnraub und mit wir meine ich den guten Bene, den guten Patrick und den guten mich, Jan. So, Eisenbahnraub haben wir schon mal gespielt, hatten wir auch aufgenommen, aber die Folge hatte keinen Ton. Ich kann mich aber nicht mehr großartig daran erinnern, also ist es so, als würden wir das Ganze das erste Mal spielen. Und ihr seht das ja auch das erste Mal auf YouTube. Aber du darfst ein größeres Gewehr mitnehmen, finde ich. Ich? Ja. Ich habe kein größeres Gewehr. Was? Das ist peinlich. Ein bisschen. Deswegen bist du auf das Level 55. Oder eine größere Schutzweste oder so. Können wir jetzt anfangen, bitte? Na gut, auf deine Verantwortung. Mich wundert immer dein niedriges Erkennungslevel. Deckungslevel, was ist das? Ja, weil ich halt so super bin. Oh, eine Festplatte. Ich weiß nicht mehr, was sie macht. Eines Rundsort hat ein Sicherheitssystem und diese Fahrt wird es öffnen. Sie sollte es nutzen. Aha. Du, 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 du. Ah. Könnt ihr auch eine Festplatte nehmen oder nehmt ihr nur eine? Was? Okay, ich habe so eine Festplatte und wenn ich gerade richtig aufgepasst habe, können wir uns in ein Tresor in dem Zugabteil hacken, wenn wir es da drin ans Sicherheitssystem anschließen. Ja, das klingt ja fantastisch. Müssen wir nur erstmal hinkommen. Tschüss. Was sieht denn da wen? Kein Plan. Wir sind auf jeden Fall die Sneakmeister hier. Nein! Tötet ihn. Ja, sieht tot aus. Ich beantworte ihm, Pager. Da kommt noch einer. Okay. Noch einer. Stübe. Ich schreibe mal den anderen Typen an. Down on the down. Ground on the down. Oh, ich habe eine Schlüsselkarte gefunden. Oh Gott. Der andere Typ hatte auch eine Schlüsselkarte. Der kommt wach. Jan, sammle mal die Schlüsselkarte hier an dem Putzi ein. Schlüsselkarte. Jawohl. Äh, wo, was, 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 was? Okay, das war's wohl. Was? Sterbt doch alle. So, ich habe hier einen Dingsbums aufgemacht. Nö, seh, nie. Hab ich ja wohl. Wir brauchen doch den Bohrer, oder nicht? Ach komm. Wo ist denn der Bohrer? Äh. Der Bohrer. Ich mache einfach mal ein paar Türen auf. Bohrer. Boah, diese Säge ist einfach Gold wert, ey. Ich bin hier in 30 Sekunden. Ah, 30 Sekunden. Die Schließfächer gehen viel leichter auf. Das sind... Uah, Tobe. Sind da Gegner? Nein. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegner? Nur noch 100 Meter. Hinter dir. Bulldozer. Pew, pew. Ist das so ein Bulldozer? Da hinten. Soll ich dir mal frischen? Wo ist er? Irgendwo da Richtung Hubschrauber. Oh, ich habe ja schon so viel Angst vor dir, du Bulldozer. Also irgendwo in der Richtung. Vielleicht ein bisschen weiter... Ne, der andere Hubschrauber ein bisschen weiter links. Aber, keine Ahnung. Der blinkte dann nur kurz auf. Scheiß auf den. Aua. Hat einer den Bohrer geholt? Ich glaube, der ist... Ach so. Ne. Ist der schon dran? Ach so, ich dachte, der wurde schon abgeworfen. Ne, ich glaube, die Tasche dir in den Licht ist eine Leiche. Oh, wer schießt auf mich? Ah, ich werde tot gemacht. Au. Oh, der Bulldozer. Ich bin mundtot gemacht worden. Pass auf, der Bulldozer. Zwei Bulldozer. Ach so, kackt. Ja, nice. Lasst mich zurück. Außer Jacket regelt jetzt. Jacket ist lebensmüde. Ja, Jacket ist down. Nein, ich bin down. Jacket lebt. Einen Bulldozer habe ich, aber bin auch fast... Nice. Ich helfe mal den Ehren. Wenn ich lebe, dann kann ich den Bulldozer freshen mit meinem Sniper. Hallo. Wo ist der andere? Äh, hinterm Zug rum. Also irgendwie, ich weiß nicht, da hinterm Zug rum. Heißt, hier seine Beine. Bringt er was, wenn er auf seine Beine schießt? Bestimmt. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wo ist er denn? Ah ja, da ist er. Okay, bringt nichts. Scheiße. Aber er kommt gleich. Ich mache mal hier auch noch auf, damit wir das voll haben. Einer. Und zwei. Sehr schön. Die Action. Aber schon, wie sieht. Ah, was? Warum bist du tot? Ich hatte keine Lust mehr zu leben. Das ist aber nicht gut. Oh, lasst mich doch. Also nicht ihr, sondern... Die Cops. Och, jetzt. Doch. Yeah, I'm back. Mach, wenn ich nicht sagen werde, aber die Mission nervt mich jetzt schon. Wir haben heute auch ein Glück. Sind das da unten die Bora-Teile, die irgendwie unterm Zug liegen? Ja. Äh. Was? Äh, ich, äh. Geh mal kotzen. Äh, ich komme noch nicht hin. Okay. So. Ich laufe dann mal. Boah, wie die alle Arminiakus hassen. Obwohl er die Google-Plus-Legende ist. Ja, hier sind Sniperze. Ja, dann mach doch mal weg. Ein Sniperz ist weg. Die Sniperz ist weg. Die Sniperz ist weg. Die Sniperz ist weg. Und das ist weg. Ich laufe dann. Penner die ist ja auch irgendwo ja hier dann müssen wir müssen auf die andere Seite weil nur die Seite auf ist wo der noch hätte ich auch gesehen und eine Schlüsselkarte hier okay dann kann der Jan ja zu dir und ich geh mal dann mach halt nie rein Jan ist in Ordnung bau halt nie den Bohrer auf ich mach doch schon mit meinem Schraubenschlüssel das ist doch schon geupgradet bitte den hier auch abbrechen 2 vor bist du ein Schauchschützer mein Lieblings Film ist auch wie heißt dieser Film Sniper enemy at the gates oder so oder Duell enemy at the gates irgendwie sowas war ja klar und ich spiele mal Sniper Elite 3 für Xbox One Produkt Placement übrigens bestes Spiel Killing Floor 2 aber mich hört keiner bisschen traurig aber bei Payday hat mir auch niemand geglaubt heute würde ich dir auch nicht glauben das hier bisher läuft so was kann man denn hier noch schönes machen wie wo jetzt wird wenn der Beat los geht dann spiele ich wieder im CT Boah Oh da ist ein Sniper auf dem Dach ich glaub's ja wohl nicht Ist doch gar nicht ja ich wollt den frischen hey ich bin viel schneller als du was denn da los Ich bin doch erst Level 5 Ungefähr Also hier sind es noch 271 Sekunden Der Bene ist so alleine da hinten Achso, soll ich da einen Boramert tun? Ja, ich dachte, das hättest du schon nichts gehabt Hat der doch vorhin schon gesagt, Jan Oh, hör doch auf Boah, du machst mich so wütend Didi, didi, didi Didi, didi Achso, Start ist neu Ja, ich muss nachladen So, jetzt darf ich Hello, hello Hä? Schmoak Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Achso, das ist er gar nicht. Ah nein, der ist da hinten. Der Jacket hat mich gerettet, du Arschloch. Haben wir irgendwo Muni? Ich brauch Munizium. Ja, da hinten, wo der rot markierte Feind rumläuft. Also, links. Ganz weit links. Unterwegs kannst du auch mit Medipack sein. Da ist ein Traser-Typ. Nicht gut. Aber er ist down. Das ist gut. Aber da ist ein Sniper-Typ. Ich nicht gut. Aber ich seh ihn nicht. Shit! Ich trash den. Ah, dieser Kack. Oha! Ach, ich hab Munizium dabei. Ach gut. Ja, weil ich wohin die ganze Zeit Medipacks dabei hatte. Ja, ich muss nachladen. Ja, ich muss die Tür öffnen hier. Äh, 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 äh. So, endlich, ey. Es ist so befriedigend, einen Schildtypen mit einem Schuss wegzumachen. 40 Sekunden noch. Komme ich erstmal zu euch, das scheint schnell. Slug the Dead! Ja! Warum tötest du den nicht? Weil ich nervös war. 28 Sekunden. Ich brauche Munition. Ich komme euch mal von der Seite her zu suchen, mit Fauden. Scheiße! Da steht ein Zild rum. Elf? Fünf? Ich habe übrigens noch eine Sentry Gun. Waaaaaah! Was? Oh, ich habe Munition gefunden! Ich habe Munition gefunden! Ich habe, äh, ein Geschütz gefunden. Also, hier liegt welche, äh, Patrick? Ja? Wenn du haben willst. Danke! Aber ich habe auch schon genommen von da, Muhaha. Ach, sonst habe ich auch noch Munition. Kann man hier, hä? Was? Auf die Seilrutsche. Ach, können wir den Kram dann direkt schon retten? Äh, safely quasi? Was? Ich glaube, ich... Ich versuche es doch mal. Ach ne, die landen dann nur da hinten. Und dann muss man immer noch so ein kleines Stück tragen, ne? Hä, muss man die nicht in das Auto werfen, eigentlich? Hä, Auto? Letztes Mal mussten wir in diesen Truck die Dinger werfen. So. Truck. Auto. Ich gehe da mal hin, weil die landen anscheinend nur auf dem Boden und... Autsch! Nicht da, wo sie sollen. Was ist eigentlich mit deinem anderen Bohrer? Der ist kaputt. Der ist kaputt. Ich gehe mal hin. Äh, ich, äh, gehe zu den Taschen. Und lau' vor dem Sniper weg. Ja. Nice. Tasche. Boah! Wie unglaublich schnell man damit laufen kann. Total praktisch. Du, 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 du... Hier steht ein Boot, ich werfe da mal so Zeugs rein. Oh, ist das langsam. Der Bohrer geht wieder. Ah, eins. Oh, das ist ein Sniper. Ich glaube, irgendwo könnte er noch einen zweiten Bohrer aufbauen. Irgendwo war noch ein Safe. Ich renne so lange mit den Geschützteilen durch die Gegend. Mit atemberaubender Geschwindigkeit. Kann es sein, dass am anderen Ende auch eine Sailrutsche ist, die noch näher hier dran gehen würde? Sieht irgendwie so aus. Hm? Ich kann aber hier nirgendswo mehr eine aufbauen. Dann sind die einfach nur scheiße. Ah! Wo kommst du denn her? Der wollte mir die Tasche wegnehmen. Aua! Boah, dieser Beat, er geht so ab. Geht so ab. Geht so ab. Du kriegst Besuch da unten. Ach! Ich bin down! Warum bist du down? Sniper! Sei doch nicht down. Pew! Ach, bam! Ey, das ist ein rotes Türchen. Das ist ein rotes Türchen. Sag, eins, zwei. Die Schweine wollen den Bohrer kaputt machen. Ich glaub, es hackt. Hilfe! Oh, ich hab glaub ich... Ah ne, ich dachte schon. Da hinten ist ein Panzermann. Wo? Der hat sich jetzt hinterm Stein versteckt. So ein Hurt locker. Ja! Ja! Das ist ein Taser, man! Oh! Ich fahre noch nicht zu schieben. So! Diese dicke... Hier ist die Munition! So! Ah! Ey! Ist mal... Gute... Hier! Du... 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 Ey, yo! Was macht ihr denn hier? Peng, 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 peng! Au! Ich kann hier nicht aufstehen. Taser! 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 Ist ein! Nimm es Geburt! Ich hasse ihn! Hasse ihn! Hasse ihn! Hasse ihn! Oh oh! Oh oh! Du du du! Ach, das ist der Bohrer! So, ich glaube... Die Patronen sind alle eingesackt! Dann können wir die ja jetzt... Wo ist denn hier ein Sniper schon wieder? Kann er! Oh, da kommt der Hurt locker! Was? Töte ihn! Eins! Töte ihn! Töte ihn! Ich muss nachladen! Ich schieß einfach weiter! Ich seh ihn gar nicht! Na! Keine Angst! Täter ihn! Er ist down! Sehr gut! Ist ja mal! Frieden hier! Soll ich mal die Sentry an irgendwo hinlegen? Pfff! Ja, aber wo? Oh Gott! Nein! 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 Ich werde die Seilwinde hinlegen glaube ich! Vielleicht! Aber... Beziehungsweise hier am Treppeneingang... Ich brauche unbedingt... Erste Hilfe! Nein! Zwei... Ach, komm raus! ich baue mal den dritten bohrer auf noch einer macht nun mal haben wir die taschen dann alle daraus liegen alle da so für euch bereit dann sollte einer auch wieder nach unten gehen soll ich gehen ja wie du mal auch schon oder ja gut ich bin schon bin schon unten kann ich mir gleich vielleicht auch noch erste aber direkte niederlage die flüchten doch schon wieder mit unseren so aber auch weniger sniper oder so oder so weiß ich nicht ich hätte schon einfach mal ein sniper aber aber nein 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 meine 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 Sniper! Da oben. Ja, ich seh. Ah, hab's. Ah, so schon. Boah, ich bin so tot. Ich glaube noch eine Tasche. Wer hat geschossen? Oh, fuck, fuck, fuck. 1, 2, 3, 4, ich treff niemanden. Oh, Mann! Ich geh mal gucken, ob ich zur... Oh, okay, zur Erste Hilfe kann schwierig werden, aber ich versuch's. Oh, Mann. Toll, jetzt hab ich gleich wieder keine Muniz mehr. Hier war auch grad noch einer. Da bist du... Hä? Ach, die Erste Hilfe ist da unten, wo wir gestartet sind, oder was? Oh, nein, ey. Hol' ich mir einfach nur Munition. Ist genauso gut. Oh! Fuck! Taser, Taser, Taser! Jacket! Rette... Mimimimi mich! Mimimi mich! Mimimi! Hä? Was war denn das? Bäm! Hat Jacket dich gerettet? Nee, ich wurde einfach nicht mehr... Taser! Ach, nö, jetzt... Aber ich schaff den, glaub ich. Ja? Okay, doch nicht, weil ich keine Muni mehr hab. Ja, was war denn? Ach, da. Och, nee! Und der Hurt Locker ist auch da! Oh, jetzt ist hier auch noch... Fuck! Jetzt ist hier die Kacke am Dampfen! Och, nö, jetzt mach doch keinen Scheiß! Jetzt ist hier die Kacke am Dampfen! Und die laufen mit den Taschen weg! Das sieht nicht gut aus. Ja, nice, ey. Okay, warte, ich nehm die Seilrutsche. Nee, ich bin in Haft. Kann die Seilrutsche nicht nehmen? Ich dachte, da könnte man sich auch dranhängen. Nein, das schaff ich nicht in 5 Sekunden zu Jacket. Aber dann laufen die alle weg! Maller die um! Äh! Sterbt! Alle! Was? Was? Nein! Oh, Mann! Jan, wie lang brauchst du, bis du wieder da bist? Drei Minuten. Hilfe! Nimm dir nochmal... äh... Munition, wenn du nicht genügend hast. Vielleicht. Ehhh... Ach scheiße ey... Ja... Das weit ist ja normal. Du Aixòber mit uns an zu wollen, ey!! Och, Mann! Weiß, ich lauf da unten so rum und höre dann schon 쓰는en! Hoi Prinz! Oh? Au? Und da hat er sich in so Büschen versteckt, der Feigling. So ein Hund. Ja, wie die Taschen alle da wegrennen, ey. Oh Gott, das sieht so deprimiert aus. Da kommen wir bestimmt nie wieder dran. Ja, jetzt stürmen sie. Du musst nur noch zwei Minuten durchhalten. Der sitzt schon drin. Ja, was ein Bug, ey. Ja. Wie lang noch? Eine Minute dreißig. Zwei Minuten dreißig. Der ist hinter der Kiste. Hier sind es euch genau gegenüber. Ja. Das sieht aus. Ja! Eine Minute zwanzig noch. Die ganzen Bags, ey, das ist so traurig. Kommen wir da irgendwie wieder ran? Ja. Die sind jetzt da, von wo wir gestartet sind. Echt? Ich seh die gar nicht. Also ich seh die so irgendwo auf halbem Weg. Und auch eigentlich nur eine. Boah. Eine Minute. Oh, sie kommen alle. 30 Sekunden. Halt durch, Matt. 21. Oh, ein Sniper. Ach so. Oh, pass auf, Mann. Zehn. Oha! Geh in den Tresor. Ich frisch den. Oh Gott. 3, 2, 1. Hurra! Eine Minute. Trieben wir auch Jacket irgendwann wieder? Nein. Kommen wir an die Taschen denn noch dran? Also das ist ja nicht die hier. Das ist eine Leiche, glaube ich. Ja, wir können aber... Aber da oben? Ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Müssen wir da lang. Außen rum. Wir müssen auch bohren. Aber schon 30 Sekunden. Jan auf dem Dach. Nach rechts. Das ist ein Taser. Ja! Stirb doch! Da ist ein Bulldozer. 15. Huh, du bist ja schon unten. 10. Nein! Mach keinen Scheiß. Ja. Eins. Äh. Fuck. Was ist hier los? Was? Nein, wieso bin ich unten ges... Ach man, ich hatte extra dicht da oben beobachtet. Kann ich dir von hier aus Weckung geben? Nur wenn sie reinkommen. So siehste, man kommt da auch hin. Na gut. Wie gut, dass ich auch hier lange... Boah, alle Taschen liegen hier. Boah, jetzt müssen wir die suchen. Nein. Können wir die... Wir werfen die einfach ab. Hast du die runtergeworfen? Ein bisschen. Ich wusste nicht, dass es so runter geht. Ich dachte, ich werfe sie gerade aus. Boah, wie viele Etagen haben die da weggetragen? Alles glum, was wir hier hatten. Aber wir müssen ja erstmal nur zwei... Aber überleg mal, wie viel Loot wir schon hatten. Ja. Rechts ein Typen. Hä? Das ist ein Snip. Ja, Hitops ist ein Snip. Den hab ich. Nice. 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 Na? So, ist das dann die letzte Tasche jetzt hier? So. Wir sind schon mal an der Ebene weiter. Hm? Sniper? Aha. Oh nein. Puh. Was? Sag doch sowas. So, ich hab eine Tasche noch weggebracht. Ich werfe dir schon mal wieder ein bisschen entgegen. Wippie. Ich dachte schon, die zählt nicht, weil die an dem Boot abgeprallt ist ins Wasser. Super. Hat der aber dann doch gezählt. Wir tuttern die Fische. Oh, fuck ey. Der Bober ist schon wieder kaputt. Ich hör's doch. Ja, Schild. Nein, nicht Schild. Wer schießt denn da auf? Ich raste so hart aus. Ja. Nice. Ich rette dich. Ja, ich bin gleich. Ich bin dauernd. Nein. Au. Was? Wer? Aber ich hab den Schildpenner getötet. Einfach getötet. Sind die alle tot? Ich glaub ja. Ey, lass doch wohl die Tasche liegen. Jetzt muss ich wieder zurückrennen. Das sind richtige Loot-Diebe. Die wollen nämlich gar nicht das Loot beschützen. Die wollen das selber klauen. Da ist so ein Sniper. Das ist schon wieder ein Sniper. Wo ist der? Keine Ahnung. Wo hier? Ja, die sind schon wieder am Boot. Ihr Missgeburten, ey. Nein, mach keinen Scheiß da unten. Ja. Ich bin so wütend. Ich verfluche dieses Dreckspiel. Ich dachte, das wäre das beste Spiel der Welt. Waren sie das? Ich glaub ja. Ach ja. Und sonst so? Überleg mal, wie schnell die Polizisten die Taschen weggeschafft hatten. Und wie lange wir jetzt brauchen, um mich wieder da rüber zu kriegen. Ja, könnt ihr uns nicht tragen helfen? Ja, ich hör'n Taser. Ich auch. Was ist denn hier? Ach, da ist die Fluchtzone. Ja, wir könnten theoretisch dienen, aber... Läuft ja bis jetzt, ne? Ja. Also mehr ist schlechter als recht, aber... Läuft. Ah, Taser! Taser! Ich seh' nicht, ich seh' nicht, ich seh' nicht. Hilfe! Ich kann mich nicht wehren! Boah, ich werd' glaub' ich gedoppeltasert. Ist er tot? Ja. Äh, was? Nice! Ah, ich geh' da! Stärk... Ah! Mag ja schon ganz gut sein. Fuck, 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 fuck! Bist du? Ich bin auf dem Weg zu euch. Ah, ich bin bei dir. Bist du? Ja. Da ist ein Schild... Zwei Schilder. Oh, ja. Oh, ja. Beide mit einem Schuss, ey. Ich hab' keine Muni mehr für meinen... Sniper. Äh, Muni kann ich hier mal hinlegen. Es sind noch zwei Taschen. Am Boot liegt Muni. Ja. Ey, das ist so aufregend. Ey, das ist so aufregend. Ihr würd' nur nicht beide down gehen, wenn's geht. Äh, wie? Und mit einer flüchten kann. Zur Not. Wo ist unser Scheiß? Ich versuch mal einfach die... Ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn, ich hab' ihn. Ein Sniper? Äh, nee. Ne meinte ich aber eigentlich. So, da ist ein Laser, da oben. Ich hol' die letzte Tasche. Ja, ich. Achso. Lauf, 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 lauf. Ich würd' sagen, äh... Wollen wir doch nach oben und den letzten Safer? Weiß ja nicht. Können wir abhauen, bitte? Ah, es läuft doch super. Oh. Sag nicht, oh. Kamen nur so zwei, drei Leute. Geht jetzt tatsächlich noch da hoch? Nee, ich glaub' nicht. Ihr seid doch direkt. Oder? Ich weiß es nicht. Nee, lass abhauen. Ich weiß nicht. Das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Ja, okay. Aua. Ja, ich glaub'... Die kommen, die stürmen. Ja, die kommen hier. Du musst die zöre, die Scheißzone. Boah, jetzt ist kein Scheiß hier. Da oben, da oben. Ja, ja, bin drin, bin, 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 bin. Äh. Oh Mann, ey. Oh. Warum artet das immer so in Chaos aus? Das gibt's doch nicht. Nee, auch nicht. Aber wenigstens gab es mal eine halbe Million. Ja. Alter Belli, ey. Kann der ernst? Dann hab ich ja jetzt wieder eine halbe Million. Kannst du dir jetzt endlich mal ein Gewehr holen, was auch Schaden macht? Ey, das macht Schaden. Bisschen. Boah. Ja. Mitte ist die Beste. Was? Ey. Der wird strafbar. Ey, Mann. Womit hab ich das verdient? Ey, vielleicht ist das voll gut. Mal so eine Pistole mit Schaden haben. Hm. Ja. Ich würd jetzt gerne noch einen Witz bringen, wie... Ich hab vergessen, Aufnahme zu drücken. Aber scheint tatsächlich diesmal alles, äh, auf, auf Magnetband gesichert zu sein. Sehr gut. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, äh, unsere Facebook-Seite zu abonnieren und den YouTube-Kanal und hinterlasst ein Like und folgt uns auf Twitter und, und, und. Oder lasst es einfach sein, aber freuen würden wir uns trotzdem und sagen, ciao, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.